dann ist es jedoch ich ich mich will jetzt diese goldmedaille der geartige vom das ist ja der feuer um die zündet ja wie so ein viele knalle erbster auf voll rein es wird es wird wenn wir damit reißen die opfer erst so ihr wollt das gibt es doch nicht ja genau er überlebt das hier unten so ja ich habe auch so ein tolles glück das ist echt unbeschreiblich manchmal wieder nicht geschafft hat es braucht acht leute mit einem schuss zu tüten matsch schulig ja wieso hat er das jetzt überlebt der war voll krass der ist kampfvoll angewirbelt der teeträger wenn wir will den teeträger überlebt die historie kommen jetzt aber ja es ist so klar ein schuss goldmedaille dankeschön endlich endlich die neue welt und da alle töten die ich glaube ich die bombe b ich bin gerade in der aufnahme beendet nicht mehr schnell skype weil ne so so ja nicht aber was soll mir das bringen dieses teil die bombe hier wahrscheinlich gar nichts ich schmeiße ich ihn erstmal hier oben rein da die ist aber kurz erquetscht worden diesmal ach und das tnt explodiert nur wenn das eine kugel von mir trifft hmm what das war auch nicht besonders schwer naja wenn man wenn man seine einzigen tragenden stück oder einzigen stützenden säule tnt vorrat hat dann sagt das schon einiges aus glaube ich so darüber wie clever die leute sind nämlich guck mal wie blöd die sind ja also so clever sind die oh three bombs ja hoffentlich kommen wir in die nuklearbombe ich muss wahrscheinlich einen hier treffen oh mit zwei schüssen darf man schon gewohnt an einen jetzt ja der kommt jetzt volle kanne ins wohnzimmer reingekracht hier ey von euch überlebt gar nix hier gar nix überlebt hier wenn der schieber am katapult stehe bis auf den bohnen der sich in brettern einwickelt an den habe ich nicht gedacht man ey so ein opfer baut sich da einfach ein sperrmüll ein wie so ein penner aber auch das hilft ihm nix ja guck mal mit drei sogar hat er aber vier vor allem besser als ihr okay ein schuss hat dürfte jetzt nicht so schwer die drei prinzessin hat sie quetschen jetzt hier als man schaut es umzuwerfen vielleicht wenn man ganz oben davor schießt jetzt müsste er zurückschwingen und jetzt schieße ich mal hier fick dich und deine scheiß privacy wall du opfer mach oh 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 sagt er dann noch oh ja hast du nicht mit gerechnet ne kleiner spacko matu ah time fused bomb toll einfach nur was was länger dauert die rollt dann da so runter und versteckt sich da und hängt noch ein bisschen rum bevor sein explodiert jetzt schieße ich hier voll rein schaff's nicht hm war ja niedlich also ich glaube ich muss schon beide da oben treffen sonst wird das hier nix ne oh ja komm dann schießen wir mal ein bisschen höher hier und meine Katzen ranadieren hier im Hintergrund rüber ab so zum glück ist er einigermaßen erzogen und hört okay will die aber auch einfach da liegen bleiben die kommen angeflogen bleiben sofort liegen ja ist ihm ein holzbalken ins gesicht gefallen macht sie nix ach wieder mit der time bomb das ist ja langweilig ey soll man lieber irgendwie so eine brute force bombe machen einfach alles explodiert nur um den rum alles aha nicht da oben hinschieß reicht's nicht also das ist ja äh schon scheiße ja jetzt muss er was schaffen jetzt liegt er da noch zwei drei sekunden rum und was was für ein schloss weißt du crush the castle wo ist das denn ein castle hier ritter hast du was schade ich tut es komm so komischerweise manchmal sind wir echt leichte mit drin manchmal echt super schwer so wie vorhin da da wohl nix okay hätte ich mal nix gesagt eigentlich müsste es so pass ja ja direkt dahin wo dein tmt ist so pisser hahaha oh komplett gold komplett gold so jetzt sind die north monties dran und er schub um amal geht ah boom ja weißt du hm ist so klar er überlebt da unten als ob denn zu der zeit wo die wo die schlösser gebaut haben den irgendjemand ausgegraben hätte glaubt er selber nicht oder glaubt ihr an sowas ach gut hat ihn noch zerrissen da unten the great wall ja auch das hilft euch nix gegen meinen gegen meine parachute bomb ich frage mich zwar wie die ja noch aktivieren wollen oder so ach guck mal kann man noch fallen lassen boom death from above ich bin direkt getroffen in der parachute bomb oh ist auch wieder super schwer so weißt du wie der kanal vom todesstern bei star wars so ich baue mir natürlich so ein ding da rein damit es halt auch bis zu mir ins schlafzimmer explodiert wenn schon was passiert okay und na na die waren gerade bei dem aufzug und er ist dann quasi aus versehen abgestürzt also hier habe ich zwei schüsse mit der remote bomb okay okay damit ich muss wahrscheinlich beide reintreffen einfach es ist gar nicht so leicht jetzt hin da rein zu treffen detonate it while in the air also kriegt man das mega achieve mit der alter so einfach drücken nochmal ne so war viel zu tief ah komm da hab ich mich trotzdem explodieren lassen so und und na ah wir noch nicht geschafft ey aber ich wette die müssen beide da rein damit das eine große explosion wird so öh und tötet das nur ihm aber ich wette beim nächsten mal geht das dinge weg und die werden da durchgetötet und ich hoffe es zumindest man das ist auch kacke jetzt muss man zweimal da in die piste reintreffen ey unglaublich jetzt ist wahrscheinlich was so haben wir noch nichtmals er ist jetzt mit gestorben was ist das denn für eine scheiße boah so jetzt mit mir haut mein kater wieder an der tür rum den könnte ich auch schon wieder umbringen dafür ey ich ich so